Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu... Ich wollte schon Stardew, will ich jetzt sagen. Nein, Story of Seasons, Trial of Towns. Ja, meine Lieben, Frank ist wieder da, denn die letzte Farmaufgabe ist da angekommen anscheinend. Shiva, bist du da? Entschuldige die Störung. Ich habe gestern die dritte und letzte Liste von deinem Vater per Post erhalten. Hier, schau sie dir an. Sieht so aus, als wären es diesmal fünf Sachen. Ich habe selbst einen Blick drauf geworfen und die sind echt nicht zu verachten. Schau es dir später selbst mal an. Okay. Ich frage mich, was diesmal auf der Farmaufgabenliste steht. Ich sollte das Menü öffnen und sie überprüfen. Ja. Und ich frage mich, wann die Leute endlich ankommen. Wegen dem... Heute ist übrigens das Tierfest. Wegen dem Turm. Wahrscheinlich erst, wenn ich die anderen Sachen alle erfüllt habe. Jetzt müssen wir noch 50 Fische fangen. Damit werden wir heute anfangen. Und die muss ich ja dann auch noch versenden. Versende einige Fische. So, okay, was sagt denn meine Liste? Meine Farmaufgabenliste. Steigere die Stadtverbundenheit mit allen Städten auf Rhein B oder höher. Okay, das wird dauern. Ernte Marken-Items. Deiner Wahl insgesamt neunmal. Marken-Items? Gewinne Wettbewerbe und stärke deine Marken... Achso, okay, also Bronze zählt wahrscheinlich dann auch dazu, ne? Sechs von neun habe ich. Verschicke ganz viel. Okay, ein Wert von 500.000. Verschicke von einer Feldfrucht oder einem Tierprodukt tausend Stück. Oh mein Gott. Verdiene den Respekt von Graf D. Vordere Graf D entweder beim Erntefest oder beim Tierfest heraus, sobald er es ernst meint. Gewinne in der Expertenklasse oder höher. Okay, also diese Aufgaben werden jetzt tatsächlich mal ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Das wird wahrscheinlich nicht so schnell gehen. So, neue Produkte. Ich habe neue Waren bekommen. Alles ist qualitativ hochwertig. Bei Miranda. Entschuldige, dass ich so plötzlich aus dem Nichts heraus aufgetaucht bin. Es war sehr schön, wieder einmal etwas Zeit mit dir zu verbringen. Hast du mein Geschenk erhalten? Es ist dir bestimmt beim Kochen aufgefallen. Aber ich wollte nur sicherheitshalber noch einmal nachfragen. Vor ein paar Tagen hatte Lynn die Idee, sich mit einem Essen bei eurem Vater zu bedanken. Deswegen bringe ich ihr auch gerade das Kochen bei. Und sie hat schon große Fortschritte gemacht. Wenn das so weitergeht, kann sie mir bestimmt bald mein Lieblingsgebäck Zimtschnecken backen. Mama hat gesagt, dass es super toll war, dich zu besuchen, Schwesterchen. Und sie freut sich sehr, dass es dir gut geht. Ich bin ganz schön neidisch. Wenn ich nicht zur Schule müsste, wäre ich auch vorbeigekommen. Okay. So. Na, dann wollen wir doch mal wieder gießen. Das Übliche. Wir machen mal wieder das Übliche hier. Düngen nicht vergessen. Der Glitzerdünger ist wieder dran. Und heute ist ja dann auch noch das Tierfest. Ich hoffe echt, dass sich das Tierkleid, also das Fell von meinen Tieren noch ein bisschen verbessert hat. Wenn nicht, naja, Pech. Dann ist das halt so, ne? So, meine Gießkanne ist leer. Zeit, sie aufzufüllen. Ich meine, jetzt dauert das hier natürlich noch ein bisschen länger, bis wir hier alles gegossen haben, auf jeden Fall. Aber das kriegen wir schon hin. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wie ich das hier am besten immer mache. Könnte ein bisschen umständlich werden, ne? Ach, das geht. Geht doch eigentlich ganz gut. Jetzt ist die Gießkanne wieder leer. Ich muss hier echt mal vergrößern, dass mehr Wasser reinpasst. So, perfekt. Hier kann ich auch wieder Süßkartoffeln ernten. Huch, das wollte ich nicht. Süßkartoffeln kann ich wieder ernten. Und hier allerdings nicht. Und dann möchte ich Reis kaufen gehen, damit ich Süßkartoffelreis machen kann und weißen Reis machen kann. So, erstmal alle Eier aufheben. Dann alle Tierchen aufheben. So. Ich hoffe, ich habe jetzt alle geknuddelt. Dann brauche ich die Mistgabel, um hier den Dreck wegzumachen. Und dann geht es ab zum nächsten Vögelchen. Also, ich finde, unsere Farm macht sich richtig gut so langsam. Das ist schon schön. So, und wenn wir noch ein bisschen Herzen übrig haben zum Schluss, müssten wir eigentlich, weil ich habe auf jeden Fall keine Bäume mehr, die ich noch fällen muss im Moment. Also, ich hätte jetzt hier genug Platz, um noch einen weiteren Stall und noch einen weiteren Stall aufzubauen. Also, von daher müsste das ja eigentlich dann hier gehen. So, Melkmaschine. Einmal schnell melken, dann muss ich Reis kaufen gehen gleich. Und ja, die Mine darf ich nicht vergessen. Das ist ja im Moment meine Quelle, meine Geldquelle. So, hier muss ich auch noch neues Futter wieder reintun. Aber da haben wir ja auch noch reichlich. So. Äh, gehst du weg. Halt, ich wollte noch was gucken. Über die Tiere wollte ich noch gucken. Okay, Milka hat das D-Kleid. Ah, sehr gut. Lily hat das C-Kleid hier. Perfekt. Perfekt. So, die beiden sind ein bisschen, die drei sind ein bisschen gestresst, ne? Aber Lily, ich bin so stolz auf dich, dass du das C-Kleid schon hast. Ach, ich bin so glücklich. Du bist die beste Kuh ever. Ich werde wieder mit dir gewinnen. So wie es ausschaut. Aber das ist ja nicht so schlimm, ne? So, hier müssen wir auf jeden Fall jetzt mal einmal sauber machen. Das hatte ich ja beim letzten Mal nicht gemacht. Jetzt wird hier sauber gemacht, auf jeden Fall. So. Ist hier hinten noch was? Nein, das scheint es gewesen zu sein. Dann dich einmal knuddeln. Dich auch einmal knuddeln. Hier kann ich scheren. Lotte kommt schon freiwillig angerannt. Oh, bitte, bitte, entferne mir die Wolle. Alles klar. So, und noch alle Bürsten. Und du auch. So. Und du wirst noch geknuddelt. Perfekt. Sehr, sehr schön. So, jetzt haben wir 10 Uhr. Dann würde ich nämlich sagen, gehen wir jetzt schon da hin und melden uns an. Ich glaube, dann kann ich heute sowieso nicht einkaufen gehen, ne? Kann das sein? Oh, ich kann Tee ernten. Ja, endlich. Endlich kann ich Tee ernten. Wie schön. So. Ja, ich glaube, ich kann dann gar nicht, ähm, ich glaube, ich kann dann gar nicht einkaufen gehen. Egal. So, Veteranen-Klasse. Ich habe mich jetzt so angestrengt, um das Kleid noch auf E zu kriegen. Also, komm. Äh, auf C zu kriegen, meine ich. Also, komm. Das wird ja wohl hier... Wenn das nicht funktioniert, dann werde ich traurig. Dann werde ich ein kleines, trauriges Etwas. Ne, dann weiß ich einfach nur, dass ich fürs nächste Tier-Event dann auf jeden Fall, ähm... Ein Treffen mit einer mysteriösen Person? Was zum Kuckuck? Duda, Verzeihung. Bist du auf dem Weg zum Wettbewerb in der Veteranen-Klasse? Aha. Ach so. Wollen wir dann beide hier warten, bis wir aufgerufen werden? Äh, 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 wer bist du denn? Oh ja, ich nehme am Wettbewerb teil. Du kannst mich Graf D nennen. Nimmst du auch teil? Ja. Das ist also Graf D, alles klar. Ah, du willst also gewinnen? Nun dann, warten wir ab, für wen die Siegesgöttin sich heute aussucht. Okay. Teilnehmer, versammelt euch bitte hier drüben. Haha, okay. Wieso rennt ihr in der Ritterrüstung rum? Nun, das ist unser Stichwort auf einen spannenden und fairen Wettbewerb. Wieso rennt ihr in der Ritterrüstung rum? Ach so. So, ich bin echt gespannt, ob das reicht. Ahem. Wir beginnen nun mit der Veteranen-Klasse des Tierfestes. Werfen wir einen Blick auf die Teilnehmer. Graf D wahrscheinlich. Den Anfang macht Haruka. Und weiter geht es mit Tomoe. Wieso hat er eine Rüstung an? Als drittes haben wir Graf D. Und ich mit meiner Riesen-Kuh hier. Und jetzt Schluss macht Shiva von der Flocke-Farm. Das ist echt eine Riesen-Kuh. Nun, da alle Teilnehmer anwesend sind und vorgestellt wurden, bitte ich den Preisrichter zu uns. Das ist in diesem Jahr der Tiertrainer Wuffio. Wuffio. Hallo zusammen. Ich bin Wuffio. Und ich bin heute euer Preisrichter Wuff. Ich bin total wuffgeregt, hier zu sein. Und hiermit bitte ich den Preisrichter zu beginnen. Warte mal gucken, was er zu meiner Kuh sagt. Hm. Da bellt kein Hund mehr danach. Oh, das ist ein hartes Urteil. Hm. Verstehe, verstehe. Dieses Tier hat ein paar bezaubernde Eigenschaften. Oh, ich sehe, hier hat jemand mächtig Potenzial. Potenzial. Okay. Was sagt er bei mir? Wuff, damit habe ich nicht gerechnet. Da der Richter sich wohl entschieden hat, ist es Zeit für den Moment, auf den alle gewartet haben. Die Verkündung des Gewinners. Und der Gewinner der Veteranenklasse des Herbsttierfestes ist? Oh, bitte ich. Oh, bitte ich. Oh, bitte ich. Oh, bitte ich. Yes. Herzlichen Glückwunsch, Shiva von der Flocke Farm. Yes. Ich habe gewonnen. Auf dem zweiten Platz ist Graf D, auf dem dritten Platz Tomoe und an vierter Stelle Haruka. Und das waren alle. Ich gratuliere, ich gratuliere jedem sehr herzlich, der heute teilgenommen hat. Und nun zur Preisverleihung. Möge die Gewinnerin, Shiva, bitte nach vorne treten. Herzlichen Glückwunsch, dieses Mal führst du das Rudel an. Hier ist dein Preis. Eine schwarze Augenklappe. Nur weiter so. Was soll ich denn mit einer schwarzen Augenklappe? Na ja, egal. Da du gewonnen hast, hat sich deine Kuhmarke zu Silber verbessert. Ab jetzt steigen die Versanderlöse der Produkte von der Kuh ein wenig. Ich arbeite hart und versende so viel du kannst. Mach ich. Und damit sind wir schon am Ende des Herbsttierfestes. Bis zum nächsten Mal. Oh Mann, ich habe echt gewonnen. Oh Lilly, du bist die beste Kuh ever. Juhu. Juhu, ich habe Graf D besiegt. Juhu. Gut gemacht, Shiva. Es scheint, als hätten deine Mühe sich dieses Mal ausgezahlt. Trotzdem habe ich gehört, dass du erst seit kurzem Farmerin bist. Du brauchst noch viel, viel mehr Erfahrung, bevor du stolz sagen kannst, dass du eine würdige Farmerin bist. Du musst weiterhin deine Felder pflegen und dich um deine Tiere kümmern und das mit der Leidenschaft, die du heute gezeigt hast. Wenn du eines Tages eine ernstzunehmende Farmerin bist, würde ich gerne wieder gegen dich antreten. Ich habe schon lange nicht mehr an so einem Wettbewerb teilgenommen. Es war belebend. Ich habe sogar eine vielversprechende junge Farmerin getroffen. Du bist auf jeden Fall jemand, den man im Auge behalten sollte. Mach weiter so. Nun, dann muss ich mich auf den Weg machen. Einen schönen Tag noch, Shiva. Yeah, ich habe Graf D besiegt. Juhu. Wow, anscheinend habe ich einen neuen Rival. Ich werde mein Bestes geben, damit ich beim nächsten Mal gewinnen kann. Ach Mensch, so, jetzt können wir noch mit allen plaudern hier. Oh, ich will dir mal einen Tipp geben. Wenn du einem Tier ein knuspriges Leggerli oder etwas Deluxe-Futter gibst, steigt das Level von seinem Produkt. Wenn sie ein höheres Level erreichen, dann kannst du manchmal qualitativ bessere Tierprodukte erhalten. Das ist wichtig, also vergiss es nicht. Du scheinst deine Glückssträhne zu haben. Wie wär's, wenn du nächstes Mal eine höhere Klasse beim Tier festnimmst? Mach ich. Vorhin habe ich Hallo zu der Kuh gesagt. Sie kam ganz aufgeregt zu mir und hat auf meinem Saum rumgekaut. Aber das war ein Problem, äh, das war ein Problem, weil sie nicht mehr losgelassen hat. Ob ich was zu ihr gesagt habe? Ich glaube nicht, dass ich was Ungewöhnliches gesagt habe. Ich habe ihr nur gesagt, gute Arbeit, du bist eine reizende Dame. Wieso guckst du so zufrieden? Habe ich was Falsches gesagt? Milch ist voll mit Calcium, Protein und allen möglichen wichtigen Ammoni... äh, Ami... Aminosorben. Es gibt nur wenig Getränke, die so nährreich sind wie Milch. Ja, wunderbar. Wenn ich eine Kuh angucke, entspannt mich das aus irgendeinem Grund. Hallöchen! Wenn das nicht der Star des Tierfestes ist. Ich habe auf dich gewartet. Wie wäre es mit einem Interview für deine ganzen Fans? Ach, ich mache doch nur Spaß. So, mit denen hier müssen wir auch noch sprechen. Aber das werde ich natürlich nicht mehr vorlesen, hier alles. So, noch mit denen hier reden. Glückwunsch zum Sieg, herzlichen Glückwunsch! Warte, was? Es ist beeindruckend, in deinem Alter schon die Veteranen-Klasse zu gewinnen. Kannst du das nochmal mit der Jersey-Kuh wiederholen? Ach, hätte ich das mal besser gelesen. Naja, egal. Die Kühe waren alle so süß. Bei dem Fest waren die Kühe wirklich alle wohl erzogen und haben aufgepasst, was ihnen ihre Halter gesagt haben. So, okay. Ich glaube, ich habe mit allen gesprochen. Ab nach Hause! Oh, ich bin so stolz auf meine Kuh! Jawohl! Wuhu! So, ich muss mal eben in mein Buch gucken. Wie geht es denn den anderen Tieren so? Lissi! Hm. Okay. Ja, das dauert natürlich. Die sind ja auch noch neu. Aber Nugget hier zum Beispiel hat jetzt auch schon das C-Gleid und Zuneigung auf volle Pulle. Ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt noch irgendwas verbessern könnte. Das geht hier ja richtig gut. Lulu? Ja, bei Lulu, da hapert es noch. Da sind sie erst zwei Herzen. Aber okay. Lily ist super. Milka holt auch langsam auf. Ja, und die anderen, da brauchen wir noch nicht drüber reden, über Molly und so. Das dauert noch ein bisschen alles. Aber okay, wir haben ja genug Zeit. So, meine Lieben, dann würde ich sagen, ich glaube, ich mache an der Stelle jetzt mal erstmal wieder einen Cut. Und wir sehen uns dann in einem neuen Part bald wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! 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 Tschüssi!